Ich bin froh, dass Jules der Teamleader ist. Okay, Jules, du machst das, na komm. Jules ist auch der Teamleader. 2, 2, 1, wunderschönen guten Tag zusammen, hallo und herzlich willkommen bei einer Folge von PUBG. Und zwar Public. Wir spielen mit Bram, Jay und Zuppleberg aka Jules. Teamleader Jules. Und Jules, Teamleader Jules darf jetzt auf die Map gucken. Du machst jetzt einen Rechtsklick auf die Map und dann gehen wir mal hin. Ja, nee. Wohin geht's? Nee, Jules ist grün. Jules ist grün. Dann, dann, hier. Ja, okay. Okay, okay. Ich weiß gar nicht, Leute. Oh, shit. Gott. Ab dafür. Du kannst Shift drücken, dann bist du schneller unten. Oh. Oh, das ist der Trick. Oh, shit. Jetzt kriege ich bei dir jetzt nur Tipps. Das habe ich dir aber schon mal, das habe ich dir schon mal gesagt. Das habe ich noch nie gemacht. Ich bin noch nie so runtergeflogen. Du hast mir den Tipp schon mal gesagt. Shit. Weil du immer so gegen, und jetzt nach unten gucken, dann gehst du auch schneller runter. Ja, jeder hat sein eigenes Räuschen. Ich hätte vielleicht noch, in den Folgen segelt Jules immer so langsam und sanft den Boden. Ja, aber dann wartet auch schon einer so mit der Waffe. Komm runter. Komm schon. Okay. Fast perfekt gelandet. Ich bin übrigens fast gerade gestorben in der Aufnahme, ne? Das war auch wild. Was hast du jetzt schon wieder gemacht? Bei der, ne, also bei der letzten Aufnahme, ich bin einfach runtergefallen beim Start gegen einen Baum. Ach so, das meinst du. Und wäre fast gestorben gerade. Also nicht jetzt, sondern... Ich habe das gerade nicht aufs Spiel bezogen. Also ich habe so niemand mit uns sanft. Ich habe so niemand mit uns sanft. Seht ihr? Ne, ich auch nicht. Deswegen bin ich auf ein anderes Ding gelandet. Ach stimmt. Wir sind ja mit anderen Leuten. Hier muss man ja wirklich mal gucken. Du willst, ich habe schon mal ein Fahrrad hier für dich gefunden. Oh, geil. Einfach markieren, dann hole ich mir das. Äh, wie markieren? Ich habe einen Schally. Wahrscheinlich mit mittlerer Maus. Hier am Mountainbike. Oh, rechts von mir ist irgendwas eingeschlagen. Ich bin 330. Ich weiß nicht, was es war. Eine Bombe. Falsch war vorausgeworfen. Fick mein Leben. Ah, da ist sie. Hier ist noch ein Fahrrad für Jude. Oh, hier ist noch ein Fahrrad. Ich kann, ich komme hier drüber geradelt. Wir können gleich alle zu viert Fahrrad fahren. Oh, wenn das immer die Mountainbike gehen, Mann. Dann wären wir bestimmt nicht gekillt. Wie markiert man eigentlich nochmal? Mittlere Maustaste. Wie bei Apex. Ganz easy zu merken. Was ist Apex? Ganz easy zu merken. Das ist Apex. Come on. Interessant. Apex. Apex. Apex ist schon gut. Ich gebe mal so einen Aufsatz, dass ich durch die Waffe nicht Kim und Korn nutzen muss. Ey, ich sammle hier so viele Aufsätze für euch. Wir können gleich mit einer richtigen Sammlung an. Ich habe auch Aufsätze. Da kommt einer mit Fahrrad. Die sind runter. Ups. Ich bin viel zu sorglos. Jetzt sind wir alleine hier. Ja, das ist halt, weil wir das Leben noch haben. Also aktuell ist ein Roller. Friendly Fire ist an, oder? Beim Spiel. Okay, gut. Das ist immer gut für Idioten. Okay, das ist gut. Nein, du meinst, das ist eigentlich schlecht. So. Ich würde sagen, geh mal in das nächste Örtchen, oder? Nein, das freu ich nicht. Gibt es ja noch was. Wenn du das sagst, ey, du bist Team Leader Jules. Du bist Team Leader Jules. Und gehen wir? Da vorne hin? Alles klar. Da ist Superback in der Jahr. Ey, wollt ihr mich verarschen? Ey, warte mal, warte mal, warte mal kurz. Hier ist ein Vierer Zielfeld. Wo seid ihr denn? Ich bin hinter euch. Ich habe noch ganz viel Shit. Mit Vierer würde ich nehmen. Ich habe das Nibber. Okay, ich habe auch ein Sechser für dich, wenn ihr willst. Dann nehme ich auch. Alter. Dann shoot ich dir alle weg. Hier ist eine Polizei. Aber wir können uns einmal, lass uns einmal kurz alle treffen, oder sowas. Ja, ich bleibe da. Ich habe ein bisschen Zeugs. Ja, ich habe aber Zeug. Ah, okay. Also Team Leader Jules, darf ich Zeug für euch droppen. Ja, ja, bitte. Hier, ich habe dir auch was gebroft, Jules. Dankeschön. Okay, die Weste habe ich schon. Wo, Visier? Da. Gehen wir jetzt alle in diese kleine Hütte rein, okay? Hast du deinen Vierer jetzt liegen lassen? Ich dachte, das wollte Jay haben. Ja, das sieht er. Nein, Jay wollte das Sechser haben. Das habe ich mitgenommen. Ja, aber Jay kommt doch jetzt gerade. Ich komme doch. Außerdem kriegt er doch das Sechser. Boah, man kann richtig geil driften mit dem Fahrrad, Leute. Holy Shit. Ich habe nur einen Vierer, dann lege ich das hier auf die Treppe. Ja, ich nehme mir irgendein Visier. Ja, nehme ich mir egal. Also, drinnen liegt jetzt dein Sechser. Liegt doch auf der Treppe. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Und da, kann ich das aufteilen? Nee. Wie viele Stehme schon? Kann ich das aufteilen? So. Braucht mir jetzt keiner einen Mörser oder einen Nate oder so. Das wäre, glaube ich, äh... So, bitte. Ich habe sechs Medikid. Nice. Wo ist der, wo ist der... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das Sechser willst du nicht? Moment. Ich bin da noch nicht dran. Entschuldigung. So, jetzt hier. Das war auch nicht. Ein Sechser und ein Vierer. Hey, aber immerhin sind wir schon, wenn ich das letzte squad. Ach, lo. 63 noch. Ich bin doppelt... Ich bin doppelt gemoppelt mit... Hier, das Vierer, das brauche ich nicht. Aus Beeilung, mit der Entfernung, 260 Grad. Ja, okay. Ich bin doppelt geschalldämpfert. Geil. Ich habe einen geschalldämpfer, aber ich habe auch nur eine Waffe. Ich hätte gerne eine Shotgun noch. Mit Steuerung ziehen, ja. Braucht jemand noch von euch Medikids? Nee, ich nicht. Ich habe eins. Ich habe sechs. Ich habe zwei. Oh, nehme ich eine Beryl lieber oder die Waffe, die ich gerade habe? Und das ist eine QBZ. Hier wäre ein Granatwerfer, wenn jemand einmöcht. Das kann ich dir nicht sagen. Ich glaube schon, die Beryl, die sieht cool aus. Hier ist eine M416. Also genau, 556 kannst du mir mal markieren. Und... Kompensator. Kompensator. Ähm... Shotgun, falls jemand findet. Geil. Ich hoffe, ich habe auf die M416 gewechselt. Gibt noch geiler. Scheiße, die M416 ist weg. Warum hat denn der das markiert? Ich habe jetzt auch einen Schall... Äh, einen Snuff Rifle. Komm mal, einen Kill müssen wir hinkriegen, oder? Ja, das ist ja wohl das Mindeste. Hier liegt, äh, hier, Teamleader Jules. Ja, eine Armbrust. Oh, ich sollte nichts stehen, mit dem man nur einmal schießen kann und lange nachladen muss. Was ist das für Ehre spielen, Jules? Denkt übrigens dran, wenn ihr einen... Hier ist noch ein Schalli. Wenn ihr jemanden gedownt habt, dann müsst ihr den auch finishen. Ja, aber nicht direkt finishen. Wenn eine Gree finish, dann stirbt man meistens. Ja, aber nicht, dass man jetzt einfach dann nichts macht. Das war alles. Das wollte ich nur sagen, weil... Teamleader Jules. Ah, was? Wie immer. Damit eure Heiligkeit mit eurem... Äh... Büchen nicht, äh... Großartig laufen muss. Auch hier wieder. Nur für sie. Oh, danke schön. Herrlich. Bitte schön. Ich gehe jetzt noch und scouten. Ich gehe dann zu den Schüssen, wo die sind und scouten. Du kannst doch jetzt Teamleader scouten. Ja, aber ich habe ja das Smaukenbein. Hat jetzt ein Dings. Ganzfeuerwaffe? Die hat schon immer einen Schalli. Nee, jetzt gerade erst. Ich klingel, um mich von euch abzulenken. Äh, Teamleader Jules, wir gehen hier hinterher, oder was? Ich glaube, Teamleader Jules hinterher. Ich glaube auch Teamleader Jules hinterher. Warte mal kurz, weil es kann gut sein. Ja, 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 vor uns. Ich werde ein bisschen zurückradeln, weil vielleicht muss ich auch nicht direkt sterben. Vor uns war da einer. Ich glaube, da, wo ich gepinkt habe, Beeilung mit der Entfernung 230 Grad, da könnte noch jemand sein, ja. Könnte oder ist? Da könnte noch jemand sein. Da waren auf jeden Fall die Schüsse. Und da ist nämlich auf. Hast du da wen gesehen, Teamleader Jules? Für alle Zuschauer, Teamleader Jules holt jetzt seine Apex-Geld raus. Also, so gut wie er jetzt ist, ist er auch in Apex. Ja, mindestens. Da in den Gebäuden, dann müssten die uns jetzt eigentlich schon hören. Wenn er so ist wie in Apex, wäre er jetzt schon ungefähr fünf Häusergruppen weiter. Und tot. Ja. Okay, ist es tut mir leid, ich habe mich vertan. Ich dachte, ich hätte jemanden gesehen. Umso besser. Oh, wir sind top fünf. Ich mag gar keiner, ist alles gut. Boah, der schlägt mich da nicht so, du Arsch. Ich wollte nur gucken, ob er alle reagiert. Da wird geschossen. Oh, da wird geschossen. Oh, hier ist ein Mörser, Leute. Hat jemand Bock? Ja, ich treff damit nie was. Ist das nicht da, wo wir herkamen, wo die gerade am Ballern sind? Nee, das ist ja. Ja, doch, deswegen. Schlag ich vor. Ja, lass uns Richtung 3,55 gehen, Leute. Ja, okay. Und ein paar Kills machen. Kills gettet, die holen wir uns einfach. Hey, wieso kann ich nicht holen? Ja. Ein bisschen shooten und looten. Finde ich gut, wenn man die Kills gettet. Noch weiter hinter uns, meine Güte, Alter. Wäre jetzt so geil, wenn ich jetzt so einen richtig sanigen Headshot drücke. Ja, ich auch. So wie in der letzten Folge, die euch nochmal anguckt. Mal gucken, wo ich den Sepp gedrückt habe. Das war nice. Da hatte ich echt Angst bei der M24, die du hattest. Wir sind oder in die Top 50, Leute? Ja, Top 50. Das haben wir schon. Das haben wir schon in der Täsch, wenn wir ehrlich sind. Oh, das klang aber jetzt aber sehr nah, oder? Bram? Ich gucke gerade unten auf Bootcamp-Team-Leader Jules. Der Modal wird der Bär steppen. Aber ja, da unten kommen Geräusche her. Jay geschossen? Jay schießt doch, oder nicht? Ja. So, Soldat Jay, auf wen schießen sie denn da? Auf wen schießen die? Ich habe einen ausgenockt, Junge. Überrasch'n. Ich kill doch, ich schieß doch. Jetzt hat der sich gerettet. Da drin. Wo? Okay, weil da sind ja mehr als einer. Da wird auch geschossen. Ey, ich kann mich noch ein bisschen ärgern. Ist doch okay. Aber du kannst doch trotzdem sagen. Da hinten sitzt einer. Oh, ja, einmal getroffen. Ah, schade. Da rechts. Da. Wie viele Meter sind das? Gelber, Meter, 200. 28. Oh, ich habe noch einen ausgenockt. Ich habe auch einen ausgenockt. Da. Da ist er. Den habe ich mal für dich gefinisht. Da steht du. Bei blauen Markierungen sind mehrere Leute. Zwei. Sehe ich aktuell. Und einer links. Und einer hoppt da noch. Also krabbelt. Den Krabbler besser nicht. Vorsicht, Vorsicht. Guck mal, da. Der ist am snipen auch da. Der tut erbauen. Ja, ja, den sehe ich. Einmal getroffen. Da kommt noch einer raus. Da kommen drei Leute jetzt. Mein Gott. Der auf der Brücke. Oh, schön. Ich habe irgendeine reinzuwärtig 7-6-2-Harmony dabei. Ich habe auch noch mehr so viel. Ne, 7-6-2 habe ich gar nicht. Der auf der Brücke. Ich habe hier ein bisschen was. Boah, ich habe einen Assist bekommen, Leute. Kannst du was denn werden? Liegt bei dir. Der ist auch nie so gut in PUBG, Mann. Da vorsichtig, in deinem Auto. In deinem Auto ist der eine noch. Der letzte. Geil. Oh, ja. Oh, komm. Noch mal, noch mal, noch mal. Noch mal, noch mal. Ist das wieder Bots? Oder was macht der da? Keine Ahnung. Das ist doch fast noch, die dumme Sau. Hinter uns links. Was? Close. Wo? Weiß ich nicht. Hinter uns links. Hinter uns links. Leichts rechts. Oh Gott, da sind drei. Oh mein Gott. Ich schmeiß den, weil du mich hingestürst. Das kann doch. Einen habe ich. Nice. Ich habe noch mal zwei. Wo ist der? Letzte. Nee, sorry. Ich wollte den einen finishen. Soll ich schnell hier Resin schon mal? Ich fange schon mal an. Ja, der deckt mich. J deck. Einer muss decken, weil von denen lebt noch jemand, sonst wären die alle raus. Ja. Oh, ich wollte gerade sein, aber muss ich in eine andere Richtung gucken. Nice. Ich hole noch. Ich hole mich von Bram noch. Hab sie. Alle tot. Oh, wunderschön. Alter. Und deswegen. Wir haben viel Munition. Oh, gut, dass ich der Team Leader bin, Leute. Holy shit. Ja, aber wir sollten da aufpassen, dass nicht noch mehr kommen. Saftige Arbeit. Wir haben jetzt so viel geballert hier, da komme ich schon noch mehr. Ist richtig, aber Muni möchte ich kurz mitnehmen. Das kann sehr gut sein. Wir sollten, glaube ich, kurz ein bisschen aufheilen. Ich halte mich mal hier kurz hoch. Kurz ein bisschen ludern. Ich bräuchte mich auch bei Muni. Hier liegen ganz viele Leichen für Sie, König. Nee, für uns alle. Das war eine. Hier sind einige Zielfernrohner drin. Hier, wie heißt es? Das war eine. Das haben wir alle zusammengeleischt. Das wollte ich sagen. Kommt einer angerannt. Seid ihr das? Nein. Nee, nee. Wo denn? Weiß ich nicht, aber einer rannt. Ich bewege mich halt die ganze Zeit und gucke. So, so, so. Ja, ist ja nicht schlimm. Das ist ja nicht schlimm, dass du die verriegst, okay? Ich brauche ich die eventuell, aber der Weste fällt mir gerade auf. Ja. 37 noch. Zwei Unterstützungen. Nice. Ach, das waren die da unten. Die sind wahrscheinlich gerade einfach verreckt, weil die keiner aufgeholfen hat. Leute, wer hat die denn jetzt... Nee, ist gut. Ich habe nichts rausgenommen bisher. Oh, von wo? Da, irgendwo. Ach so, aber keiner von euch, der geschossen hat. 250 hätte ich jetzt gesagt irgendwo, oder? Sind sie? Das kann auch sein. Aber da waren halt auch recht viele, die down waren und noch rumgegrabbelt sind. Jetzt sagt die Zone eigentlich mittlerweile. Oh, wir sind ja gut. Das Ding ist echt nicht sehr gut. Ich würde fast sagen, wir können ja mal checken, ob jetzt noch von da was kommt, wo wir eben hingeballert haben. Also da irgendwo. Ja, ansonsten Bootcamp, ne? Wird das Ziel sein. Bootcamp wird schodern. Ja. 205 an der Brücke, oder? Guck mal, irgendeiner auch nach hinten. Ja, ich check hinten. Ich check hinten. Ich check hinten. Ich check in Brücke. Ah, von wo? Irgendwo die Richtung hätte ich jetzt gesagt. Ja, hätte ich auch gesagt. Weiß noch nicht, ob auf dem Berg... Ja, ey, ey, wir bekommen Besuch. Da kommt ein Squad, da, wo ich markiert habe. Direkt hinter uns. 335, Leute, da kommen gerade welche hoch. Ja, warte, dann... Ich warte ganz kurz mit dem Ballern. Nicht da hingehen. Man never mind, die haben mich gesehen. Ich habe eine Granate hingeschmissen. Ah, ha, 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 ha. Ich hoffe, hinter mir ist einer von euch, der gerade rumrennt. Ansonsten bin ich gleich ziemlich... Ah, das war Jay, okay. Wir sind markiert. Also wenn du... Du kannst dich nicht so leicht abschießen. Ne, 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 ne. Ich hatte nur kurz Sorge, dass mir hinter sich noch einer anschreichen würde. Ich heil mich dann kurz. Ich habe bisher auch nur einen gesehen. Okay. Ja. Ja. Da kommt jemand angeschlichen, oder? Ja. Oh, da ist er hinter dem Baum. Ich kann ihn genau nicht sehen. Ich versuche ihn... Er ist genau hinter dem Baum. Ne, ne. Du willst dein Leben. Nehmt Mediklitz und so ein Shit. Hab ihn. Sehr gut. Der ist auch direkt umgefallen, oder? Der ist auch direkt gestorben, ja, ja. Der war direkt down. Geil. Sehr schön. Gut gemacht. Alter, und das unter der Leitung von Team Liderjoules, natürlich. Immer gerne. Der hat einen Vollstrecker-Auto, falls es einer möchte. Ich hätte lieber neun Millimeter Munition, muss ich sagen. Egal. Immer ein Teil von jedem Anziehen, der man gemacht hat. Ja, Bootcamp geht auf jeden Fall die Party gerade. Ja, ich schätze mal, da werden wir auch am Ende hin müssen. Ich seh' nicht mehr. Oh, Vorsicht, da wo wir herkamen, an dem, an dem Aussichtsausguckpunkt. Ja. Da ist mindestens einer. Da hinterher. Wird von hinten auch geschossen. Wir müssen den Hügel hoch, wir werden auch von hinten geschossen. Aus dem Bootcamp. Alter, ich hab Sie-Jum-Yah-NG kaputt. Aus dem Bootcamp würden wir... Das sind die anderen. Markiert, gell? Einen down. Schön. Jawohl. Einer ist immer noch hinterm Baum, oder ist der schon... Sind die beide umgefallen? Ne, der lebt noch. Ja, beide. Achso, ne. Noch einer. Schön. Irgendwo muss da auch einer sein. Irgendwo muss da auch einer rumrennen. Aber wie gesagt, aus dem Bootcamp sind wir besnipert worden. Mhm. Okay, das heißt, hinter dem Zupfer könnte der irgendwie den Berg hochkommen. Wir müssen aber auch gleich ins Bootcamp. In 24 Sekunden geht's los. Nehmt doch mal Energydrinks. Hab ich nicht. Hab ich genommen. Ich kann, ich hab zwei Stück. Kann ich die nur gesammelt rauslegen, oder? Oh, Steuerung. Hier ist noch einer. Genau da, wo ich markiert hab. Down. Ja, das war der letzte aus der Gäste. Ja, schön. Schön, schön, schön. Notfallpickup. Ich hab ne Sanitätstasche noch. Oh, wir müssen los, Leute. Und wie gesagt, diese Energydrinks. Solche Energydrinks kann ich auch rauswerfen. Wie trinkt man Energy. Aufpassen, Bootcamp wird jetzt richtig die Scheiße dampfen. Energy. Schmerzmittel noch. Wie gesagt, wenn wir direkt drauf zulaufen. Von draußen sind wir schon beschossen worden. Ich will da einem gar nicht rein, ehrlich gesagt. Ja, lass uns rechts außen rum gehen. Ja, Jay. Da, wo Jay lang geht. Rechts außen rum. Mhm. Du musst aber aufpassen. Aber ich könnte schwören, dass hier aus der Richtung auch geschossen wurde. Also kann gut sein, dass da andere denselben Plan haben. Und Bootcamp vermeiden wollen. So, 14 kleine Ziele noch. Hier sollten wir auf jeden Fall ganz doll aufpassen, falls sich nicht auf irgendwer schon verschanzt hat. Ja, hier kommen wir so vorne im Haus. Da ist gerade einer rausgelaufen. Sie ist in das Haus gelaufen. Aufpassen. Wir sollten auf vier... Ja, ja, da guckt einer raus. Sollten annehmen, dass die auch vollständig sind. Was? Ja. Ja. Noch irgendeiner 762-Harmoni fallen lassen. Äh, nee, hab ich leider gar nicht. Wo bist du, Bram? Steht in mir. Nehm dir. Geil. Danke. Also da hat gerade einer rausgeschaut. Auf den Berg, auf den Berg. Da hinten. Ja, aufpassen. Also hier ist einer drin und im anderen Haus links ist auch einer reingegangen. Oh, und von links. Wir müssen langsam in die Zone. Deswegen sollten wir nicht schießen. Aber ein Haus genockt. Sehr schön. Ach, du hast so ein dickes Ding. Ja, gut. Aua. Wir stehen hier sehr offen. Das ist ein bisschen dünn. Oh, wo wurde geballert? Da oben. Da, ich hab einen. Markiert. Gelb. Klingt dann, dass bei uns im Haus welche sind. Ja, ja. Hab ihn down. Schön. Wir werden jetzt... Hier ist der Energydrink bei Zana Braun. Gelb rennt weiter. Zweite Person. Gelb. Vorsicht, Vorsicht. Die sind gerade rüber ins Haus. Da ist er in uns Haus. Die gehen rüber. Hab ihn. Okay. Okay. Er hat beschossen. Oben gelber Mark. Immer noch ein Team. Ja, gelb. Genau. Ich geh ins Haus rein bei blauen. Grün. Weil ich glaube, wir werden gleich aus dem Camp beschossen. Ich wollte auch, glaube ich, gerade vom Bootcamp aus beschossen. Aufpassen. Ja, ich werde vom Bootcamp ausgeschossen. Ich komme rüber zu Jane. Ich vergesse ihn. Ist das Fenster? Nee, brauche ich es. Richtung Gelb sind immer noch Leute irgendwo. Wie viele habt... Da. Da. Gelber Marker. Blauer Marker ist jemand hinterm Stein. Den habe ich ein paar Mal angeschossen. Hab einen down. Ich versuche zu flankieren. Ah ne. Nein. Ich bin leider down. Ich versuche, bei euch ins Haus reinzukommen. Zone, Zone, Zone. Ah, scheiße. Shit. Kriegen wir Team Leader Jewels noch? Nee, wa? Nein. Alles gut. Lasst mich zurück. Ich habe für meine Secondary keine Muni mehr. Ich nehme jetzt die im Cut 12. Das war okay. Team rechts oben ist... Da ist einer von gestorben zumindest. Aber rechts von uns dürften die jetzt auch sein. Links sind auf jeden Fall auch welche. Ganz entspannt. Ja, noch kurz nachgeladen. So schnell ist die Zone nicht. Wir haben unseren Team Leader verloren. Nee, aber ich würde mich schon gerne da drin positionieren und die wegmachen, die hier rein wollen. Das ist richtig. Also? Sechs andere noch. Und ich weiß immer noch nicht, ob rechts neben uns welche mitlaufen. Nee, das war keine flugende Idee. Ja, passt schon. Alles gut. Okay. Okay, sollen wir den Hügel hoch? Ja, jetzt schon, würde ich sagen. Hau auch nur noch Achtung. Ich kann mal kurz heilen. Dann mach das. Also, beziehungsweise heilt er sich hier. Kurz einmal nachladen. Okay. Let's go. So, ihr rennt da hoch. Okay. Nee, ich brauche nicht mehr rennen. Also. Ihr könnt ja halt hinter jedem Stein einer sitzen. Bisschen Schritte hören. Okay. Habt ihr gehört? Das war Richtung 340 oder so. Ja. Relativ weit weg noch. 40 ungefähr. Da hat aber auch jemand jemanden weggemacht. Also, jetzt sind nur noch 7 am Leben. Mit Glück ist das kein Squad. Nee, schein kein Squad. Relativ close 300. Ja, direkt hinter dem Baum da. Scheiße. Was ist das denn jetzt für ein Radio-Grasse? Das ist für ein Mikrofon. Der ist relativ von vorne. Scheiße, Jouwels. Ich weiß nicht welcher Baum. Hörst du mich wieder, oder? Ja, ja. Rass ruhig. Der hier? Ja, ja, genau. Da war gerade einer hinter. Ja, deine Mikro verlierst du irgendwie. Kannst du den markieren? Ist wieder besser? Ja, ich hab ihn auch gerade gesehen. Ja, schön. Und einer ist noch so down gegangen. Okay, zwei Stück noch, oder? Zwei gegen drei. Ah, heißt nix. Nee, nee, nee. Aber wir haben noch zwei Gegner. Und die waren eigentlich weiter hinten, oder? Fünf nicht. Gucken wir doch mal. Worum laufen die uns? Über mir? Direkt vor mir. Das hat mich auch dann gemacht. Aber markiert noch. Die sind beide hier am Stein, Jey. Einer nur noch, ne? Ah, nee, Entschuldigung. Zwei. Uh, fast, fast, fast. Schön gemacht. Ab ein. Ja! Wunder, wunderschön! Let's go! Yes! Boah, wie nice! Und jetzt stellt euch mal vor, ich wäre nicht Teamleader gewesen, Leute. Danke, Teamleader, Jules. Danke, Teamleader, Jules. Das war PUBG! Wir haben zu viert öffentlich die Leute nass gemacht. Wir haben halt irgendwo sehen unsere Stats. Und deswegen gehen wir jetzt richtig schön gesättigt mit unserem Chicken Dinner ins Bett oder so. Tschüss! Tschüss! Tschüss!